Hallo, ich bin Robert Apun, Ernährungsberater, Therapeut für Pflanzenheilkunde und als Mitgründer der Cellevent Healthcare unterstütze ich unsere Mediziner bei der Produktentwicklung. Gerade als Vater einer jungen Tochter ist mir das Thema Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, die für die Kindesentwicklung unverzichtbar sind. Da wir mit der Qualität herkömmlicher Omega-3-Produkte nicht zufrieden waren, haben wir uns entschieden, ein Omega-3 zu entwickeln, das den hohen Ansprüchen von schwangeren Frauen und Kindern gerecht wird, sowie neue Maßstäbe in Qualität und Reinheit setzt. Am Hand unseres White Omega Kits möchte ich euch heute zeigen, was unser White Omega so besonders macht. Unsere White Omega Kits Mini-Perlen ermöglichen eine leichte und kindgerechte Einnahme ohne lästigen Fischgeruch oder unangenehmen Aufstoßen. Mit unseren patentierten Herstellungsverfahren unterschreiten wir EU-Grenzwerte für Schadstoffbelastung wie Schwermetall oder Mikroplastik um das Hundertfache. Mit einer direkten Verarbeitung und Reduzierung von Sauerstoff ermöglichen wir einen der niedrigsten Oxidationswerte bei Omega-3, und zwar einem Totox-Wert von 0,5. Wir verzichten bei unserem White Omega auf Süßungsmittel, Aromastoffe, Konservierungsstoffe und bieten in einem hochkonzentrierten, ausbalancierten Verhältnis der wichtigen Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA nach neuesten Forschungen. Wir freuen uns, euch eine kluge und hochwertige Alternative zur Versorgung eurer Kinder mit Omega-3-Fettsäuren bieten zu dürfen. Natürlich aus kontrollierter Herstellung in Deutschland. Falls ihr noch mehr zu Omega-3 oder unseren White Omega Kits erfahren möchtet, hinterlasst gerne Kommentare oder schreibt uns eure Fragen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei sein würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wiedersehen könnt.